Halt den Schönen Luftdarm frei, ich hab mal ein Versorgung. Ja, abessische! Ah, so sorry, bin wieder da, hat ein bisschen länger gedauert. Kann mir noch ein Mettbrötchen, ich wieder mal! Ja, wir sind gleich mal an, Flugballer-Sahler. Ist das noch von letzter Woche? Nein, Neues. Ah, ist doch, der Mettberg nimmt kein Ende, obwohl er ist schon verschlungen. Ja, klappt doch. Sag mal, wenn ihr so weitermacht, haben wir bald keine Engländer mehr, die wogegen uns sind, oder? Ja, und bald keine Maschinen mehr. Wir nehmen die Kapitulation auch ohne dass einer auf dem Zauber ist entgegen. Dann wäre das Sekundärziel England ja schon erreicht. Gehen wir zum Primärziel, USA. So Leute, jetzt wird's ernst, ich geh runter. Le-Bahn-O, 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 Le-Bahn-O. Ich hab halt auch gesagt, geh mal vorher raus. Ist vielleicht doch besser, dass er... Nö. Ich vertraue, dass er sich endet. Ja, nicht doch schon. Ich hab schon ne Marsch. Meinst du? Ist er sohn? Ich hab nur gestrauben ihm gerade. Bist er sohn? Ja, stand da, Drowned. Dann würde ich auch rausgehen, ein bisschen schlechtes Omen. Gestern... Gestern hab ich noch ne Hurricane abgeschossen und auf einmal hatte ich noch vierer am Arsch. Das war nicht so hübsch. Gleich einen Kopfschuss für Bass gekriegt. Mhm. Ogi-Zugi. Kein langes Elend. Ja. Am Arsch, Junge. Was lernen wir da draus? Kopf einziehen. Mhm. Oder nicht alleine fliegen. Ja. Genau. Einfach nicht alleine fliegen. Servus. Aber gegen vier Mann kannst du da auch zu zweit auch nicht viel machen. Hey, hallo. Wenn sie gar nicht sind gegen... Im Sinne haben die Bomber verfolgt und sind dann gegen vier angetreten. Eine wurde beschossen und dann haben wir uns verpisst. Ja, genau. Also nicht angetreten. Doch. Eine haben wir beschossen und dann haben wir uns verpisst. Ja. Ja. Scheiße, es wird eh gut. Ne, brah noch. 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 Alles wird gut. Alles wird gut. Na, wenn er noch bis auf Platz kommt. Jetzt wird's was werden. Bist du noch Tritt bei der Saar? Na klar. Ehrlich. Hm? Das ist krass. Oh, jetzt steht der Motor. Jetzt steht er. Jetzt steht bei mir verklemmt. Komischerweise. Ich sehe sie jetzt nicht hochgehen. Oh, da kommt er rein. Ach, die Heinkel, die segeln sich über lange. Da brauchst du keine Angst haben. Ich hab nur Trimmung. Ich hab nichts anderes. Ja, genau. Deshalb. Ich nehm den langen Leistung langsam zurück. Sieht doch gut aus. Alles gut. Äh, zwei Kontakte vor French Point, zwischen French Point und English Point. Hallo. Nein, die springt wieder hoch. Scheiße. Hallo. 40? Ja. Nein. Nein. Lasse unten. Oh, jetzt bin ich noch mit Platzgrenzen ausgeschlittert. Ne, das war's. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Du stehst noch auf dem Platz. Sicher? Ja, das ist... Ja, ja, schon bist du so. Fehlfrei. Von oben siehst du es auch auf dem Platz, ja. Ach, die Grenze war hinter mir. Komm Richtung Bologna geflogen. Zwei Stück. Alle 40. 41. Vollast geht's. Jemand da? Der wird Libanum. Puh. Ja, ich nimm mal die Landung nochmal auf, letzten Minuten.